ja nie ist klar ja moin wo kommst du denn her zeig mir mal wo dein spawner ist ich glaube man muss das einfach hier oben an der decke machen dann wird hier alles weggeschwemmt genau so ist das fein so hört sich dafür den deutschen ruben dann ich darf das nicht immer machen hier das ist ja schlimm da ist nichts hier irgendwo also hallo geht's doch haben sie schon mal hier was von anstand gehört herr volkskommandant what the fuck spider entgold hoff mal hier kommt jetzt keiner ich glaube da sollte nichts mehr sein nope na gut weiter geht's irgendwann finden wir einen spawner irgendwann ich meine das tausendjährige reich ist ja tausend jahre alt ne das muss man ja auch irgendwie mit dem spawner feiern huch ja ja so ist das was oh ja hier ist eisen iron ore iron ore iron ore wurde mir damals so beigebracht von meiner mutter ne ich fühle damals boah sag mal was haben wir denn ich brauche noch kohle brauchen ne ich baue das jetzt nicht ab wir konzentrieren hier uns mal auf das wichtigste der hacke hält ja auch nicht mehr viel aus sackgasse das finde ich jetzt hier nicht so cool dass das hier eine sackgasse ist ach jo hier haben wir ja auch noch ordentlich was wa nein wir haben hier nicht was wir haben hier etwas neuuuun so du liebe werkbank komm mal her boah jetzt nehme ich einen ofen und da brennen wir uns jetzt mal erstmal ein stack hier zusammen wollen wir das denn ein stack sag ich schon acht stück so ungefähr aha nope nicht spawner ich könnte ja das müsst ihr mir dann aber in die kommentare schreiben ob das für euch okay ist ähm hier so rum fliegen weil man kann ja auch durch die wände fliegen und vielleicht finde ich dann ja einen müsst ihr mir in die kommentare schreiben ob das okay ist oder ob das für euch als cheaten zählt weiß ich ja nicht wie ihr da so tickt ja denkt ja komm nehmen wir hier die wand noch mit so wunderbar jetzt hier irgendwo hin nope hier ist nur eine sackgasse dann latschen wir hier einfach mal in die nächste sackgasse hallo mr zombie ok können sie ja jetzt auch erstmal so abbauen weil hier ist ja lava gleich da unten ja dann verlieren wir die nämlich nicht yo denn daten stein chunk wäre ne so ein slimme kunk du vergiftest mich dieses mal nicht bitch ach du liebe güte da geht das ja tief runter eieieiei ist ja ziemlich enorm na komm da kommen da kommen wir mal ran ja nee so einen kleinen lücken nochmal eben gönnen ne das geht aber ganz schön tief runter ne ach scheiß drauf da sind mehrere mit ein wenig glück treffen wir hier ja auf einen spawner aber das ist zu viel wasser verdammt das ist klar ist klar ist klar ist klar bin schon wieder weg ja komm geh weg ich spiel nicht mit dir du bist böse ich spiel nicht mit dir du bist böse wir müssen das alles hier ein wenig abtrocknen ne sind ja überall okay eskalation was los huch okay war wohl doch kein spawner und ich mach mir hier schon so die gedanken so dass wir hier ja fick dich spinn spawner ja ja schon wieder drei ist klar ist klar ist klar ist klar ist klar ja 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 wir können aber mit der spawner gui mod genau da hab ich noch gar nicht dran gedacht dann können wir den spawner ja umwandeln dann ist das doch egal was wir hier jetzt so finden den auch mensch es ist doch mal gut alle gerät so da die fackel ran die sollten sie jetzt hier rein theoretisch auch kein stress mehr schieben hoffentlich gut das ist sand das wollen die seine nicht aber okay wir müssen das hier irgendwie abtrocknen jetzt hier das ganze dünn ja ist klar ist klar ist klar ist klar ist klar schieß mich einfach mal ab ich habe ja auch keine gefühle so dann werde ich mal kurz die mod rein werfen dann sehen wir uns gleich wieder sehen wir uns gleich den die die die